Herzlich Willkommen, ihr geile Vergenusswurzler. Wir gehen rein, es gibt einen neuen Weihnachtsgiftcode. Dazu dann erstmal auch frohe Weihnachten an euch alle und danke fürs Reinschauen immer wieder bei den Videos. Ich wollte euch mal die Giftcodes hier teilen. Ja, hier unten, wenn ihr auf euer Avatar vorher oben links gedrückt habt, ist hier unten dieses Geschenkkode. Und da ist der Crow dann Merry Christmas 2. Der gibt uns 10 Hearts of Frost und 5 Limited Rekrutierungsticket. Und wir probieren mal auch Merry Christmas 1 aus. Zack, geht auch. Wie gesagt, die beiden Codes findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielleicht probieren wir einfach mal Merry Christmas 3. Schade, Ende der Fahnenstange. Ja, aber wir machen auch die Dinger auch nochmal direkt aus. Vielleicht haben wir Glück und bekommen jetzt endlich Grace. Ich habe schon sauviel aufgemacht, die immer noch nicht bekommen. Alter, irgendwann muss die doch jetzt mal kommen. Das kann doch nicht sein, Alter. Es kotzt an. Komm schon. Das ist doch nicht wahr, Alter. Das kann nicht wahr sein, Alter. Bei sowas breche ich ab. Na, wie viel Ticket. Oh, no way. Welcome to the film. Grace ist am Start. Meine erste Grace-Copy. Big, 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 big. Ja, dadurch dann halt auch frohe Weihnachten und mich. Endlich ist sie da und jetzt back-to-back kommt. Das ist ja zu krass, oder? Das ist ja zu krass. Das ist ja zu krass. Das ist ja zu krass. Aber geil, wir haben Grace am Start. Kriegen wir hier auch noch irgendwas? Ja, sogar zehn Tickets. Aber da kriegen wir vielleicht nochmal fünf, weil ich habe ja noch so ein Universal-Kristall. Damit können wir auf jeden Fall noch einmal die hoch machen. Und dann entwickeln wir dich noch einmal. Aber das geht erst einmal so. Und dann hatte ich ja noch so ein Ding. Ja, ja. Ja, komm, gönn dir. Warum nicht? Da hast du schon mal deine Solo-Show. Kannst du abziehen. Schalt die Fähigkeit Hitzewelle frei. Hitzewelle nach einer kurzen Kanalisierung und setzt die Best-System. Grace Schallwellen in das Gebiet mit den meisten Gegnern frei. Hier beim Aufprall. 340% des Angriffs als Schaden verursachen und ihre Rüstung für vier Sekunden um 10%. Da regern. Geil. Rüstung runter ist geil. Ich stehe immer irgendwie auf mehr Regulationen. Was soll dieses Neuen sein? Was soll das sein? Na ja. Ignorieren. Okay. Da haben wir das schon am Start. Und jetzt haben wir hier nochmal. Fünf Tickets am Start. Und damit ziehen wir jetzt noch zwei Compies Grace. Easy. Nichts leichteres als das. Ja, verdammt. Komm schon. An der Key, an der Key, an der Key. Ja. Können wir machen nichts. Gönnt einfach nicht. Egal Leute. Das war trotzdem sehr erfolgreich. Die Gift Codes an euch rausgeteilt. Und ich hatte auch noch ein bisschen Glück. In dem Sinne, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Haut ein Abo raus. Und verpasst keines der weiteren Videos. Peace. Euer Vism ال Matz. our